Wie wunderbar wird der Spengler Cup dieses Jahr? Spengler Cup ist ein Hockeyfest. Das wird dieses Jahr mit Blau-Weiss und Blau-Gelb ein grösseres Fest, als es schon alle andere Jahre war. Die Fans werden riesige Freude oben haben. Wir werden das beste Eishockey sehen, weil das Teilnehmerfeld am Spengler Cup sehr gut ist. Du sprichst es an, Blau-Gelb und Weiss-Blau, Fanfreundschaft schon seit mehreren Jahren. Wie gross war der Wunsch, dass Ambri endlich mal die Playoffs schafft und an Spengler Cup eingeladen werden? Wir sind ja schon länger im Gespräch mit Ambri, um eine Teilnahme zu ermöglichen. Es hängt halt einfach immer ein bisschen am Sport an, wo man ein gewisses Niveau erreichen muss. Ambri hatte das schon mal früher im Playoff, da hat man sie gerne eingeladen, hat dann nicht den Stand gekommen, weil die Spengler Cup gewonnen hat. Und jetzt ist es soweit, dass das klappt und für uns ist das perfekt. Es sind zwei Bergklüppen, die die gleichen Philosophien tragen. Vereinen in einem grossen Hockeyfest, das kommt eine gute Sache. Grosses Hockeyfest, wir sind im Moment am Stadion umbauen. Wir haben vorhin gehört, es wird sicherlich noch nicht alles fertig sein, aber auf was dürfen sich die Ambri-Fans speziell freuen? Warum sollen die Ambri-Fans dieses Jahr an Spengler Cup kommen? Ja, jeder, der schon mal in einer WM war und die Sportevents kennt, wo keine Rivalität da ist, sondern dass man zusammen ein cooles Produkt gestalten kann, dass man zusammen ein gutes Produkt anschauen kann. Und nicht die Rivalität hat, dass es wegen dem Gewinnen und Verlieren geht, sondern zusammen eine gute Zeit hat. Und er weiss, dass das eine lässige Sache ist. Darum sagen wir auch, im Spengler Cup das Hockeyfest, da gibt es die Ausschreitungen nicht. Man hat zusammen eine gute Zeit und man hat ein Fanselt, das Livemusik ist, Public Viewing. Man hat für die VIPs eine Plattform, wo man Gäste einladen kann. Und man hat ein Stadion, das einzigartig ist in der Bergwelt. Das sind Kombinationen, die allen dann Spass machen wird. Was ist Ihr grösster Wunsch für den Spengler Cup von diesem Jahr? Ja, unser grosser Wunsch ist, dass die Organisation reibungslos über die Bühne geht. Dass man all denen, die beteiligt sind, hoffentlich gesund am 31. und in drei, vier Jahren wieder nach Hause gehen kann. Und dass man nachher die bestmögliche Mannschaft das Turnier gewinnt. Wer auch immer das ist, wird man sehen. Aber dass der Sport so gut ist und wir keine Verletzungen haben. Wie stark hofft ihr auf ein Derby im Final, Davos gegen Ambrich? Ja, mir hat die Brille HZD schon so, dass wir wieder gerne mal im Final sein würden. Wir wissen aber auch, wie schwierig das ist. Wir haben mit dem Team Kanada Nationalmannschaft am Start, die jetzt viele Jahre gewonnen hat. Letztes Jahr hat eine finnische Mannschaft gezeigt, dass sie schlagbar sind. Aber es ist nicht einfach, in einem internationalen Turnier einfach ins Final zu kommen. Ob es ein Derby gibt im Halbfinale oder dann im Final, wäre schön, wenn es passiert. Aber in den letzten Jahren hat es das nie gegeben. Also ist die Wahrscheinlichkeit kein Clean. Lassen wir uns überraschen und wünschen wir uns allen einen wunderbaren Spengler Cup. Besten Dank Marc Janola. Danke Ihnen vielmals. Viel Spass am Spengler Cup. Danke schön. Vielen Dank.